So, jetzt müsst ihr... Ah, da ist sie, wunderbar. Da hört man schon alles? Okay, also, ich stelle mich mal vor, mein Name ist Bernadette LaHengst, ich bin eure bedingungslose Chorleiterin. Denn, ich schon vorhin sagte, die einzige Bedingung, die ich stellen würde in einem Leben mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, ist das gemeinsame Singen. Und das werden wir jetzt machen. Dafür möchte ich euch in... Du brauchst das... Du kannst das Mikro ein bisschen leiser machen, es pfeift schon. Jojo, vielen Dank. Dafür werde ich euch in drei Gruppen aufteilen. Die erste Gruppe ist von mir aus gesehen auf der linken Seite, von eurer Sicht aus auf der rechten Seite bis... Ja, ich mache mal hier so einen Strich. Dann ist die zweite Gruppe von da bis, sagen wir da, bis zu diesen Hartz-IV-Fallmanager zu Grundeinkommen, Engeln, genau. Und die dritte Gruppe ist dann ganz auf der Außenseite. Und ich schlage vor, wir üben erstmal den Text. Der Text geht folgendermaßen. Wir singen zur Senkung der Arbeitsmorale. Das singen wir erstmal alle gemeinsam und danach kommt die zweite Stimme. Ich singe euch mal vor, wie das geht. Wir singen zur Senkung der Arbeitsmorale. Wir singen zur Senkung der Arbeitsmorale. Okay, jetzt könnt ihr's. Wir singen zur Senkung der Arbeitsmorale. Wir singen zur Senkung der Arbeitsmorale. Ja, da ist ein schönes Delay drauf, weiß nicht, muss das sein? Kann man ja mal rausnehmen. Okay, das habt ihr, die erste Gruppe. Jetzt kommt die zweite Gruppe. Ihr singt folgenden Text. Denn dies, denn dies ist kein Arbeiterlied. Denn dies, denn dies ist kein Arbeiterlied. Denn dies, denn dies ist kein Arbeiterlied. Jetzt hier. Denn dies, denn dies ist kein Arbeiterlied. Denn dies, denn dies ist kein Arbeiterlied. Sehr schön. Jetzt kommt die dritte Gruppe. Ihr seid quasi die Antwort oder das Ende des Schwanzes vom Anfang. Ihr erinnert euch, wir singen zur Senkung der Arbeitsmorale. Und ihr antwortet, denn die ist uns ganz egal. Es geht folgendermaßen. Denn die ist uns ganz egal. Denn die ist uns ganz egal. Jetzt könnt ihr es. Yeah. Denn die ist uns ganz egal. Dann kommen vor. Denn die ist uns ganz egal. Sehr schön. Okay. Das war es natürlich noch nicht. Jetzt fängt das Lied an. Wir fangen alle gemeinsam an mit Wir singen zur Senkung der Arbeitsmoral. Und wenn ich der zweiten Gruppe ganz tief in die Augen schaue, dann wisst ihr genau, was zu tun ist. Babes. Und die dritte Gruppe genauso. Okay. Seid ihr bereit? Yeah. Wir singen zur Senkung der Arbeitsmoral. Schön aufgehauen. Wir singen zur Senkung der Arbeitsmoral. Wir singen zur Senkung der Arbeitsmoral. Wir singen zur Senkung der Arbeitsmoral. Okay, jetzt kommen die Dandys. ist kein Arbeitsmoral. Wir singen zur Senkung der Arbeitsmoral. Denn die ist uns ganz egal. Wir singen zur Senkung der Arbeitsmoral. Wir singen zur Senkung der Arbeitsmoral. Wir singen Rudi, stingen zur Senkung der Arbeitsmoral.